So, wir sind zurück. Das Phasenportal hat nicht funktioniert. Zwei von uns sind abgeschmiert und der dritte stand alleine da. Alles etwas unschön. Kämpfen wir weiter oder wollen wir vielleicht erst angeln gehen? Noch erstmal weiterkämpfen. Ihr könnt auch angeln, während ich kämpfe. Dann können wir den Level-Unterschied mal wieder ausgleichen. Vergiss es einfach. Ne, ne, ne. So leicht kommst du uns nicht davon. Wir haben hart gekämpft, um uns höher zu schummeln. Ähm, ja. Soviel dann dazu.